Ultron ist weg. Er ist im Internet verschwunden. Was, wenn er sich was sucht, was ein wenig aufregender ist? YouTube. Nuklearkodes. Achso. Nuklearkodes. Ultron fordert uns heraus. Die Welt ist groß. Fangen wir an, sie kleiner zu machen. Dritter Weltkrieg. Rede. Ich komme, um die Welt zu retten. Was ist das? Ein Comic. Eine Botschaft? Den Typ kenne ich. Er arbeitet von Afrika aus. Waffenschmuggler. Wo ist der Kerl jetzt? Warum immer dieser Shake? Stark zufolge soll sich Ulysses Klaw auf einem Schiff namens Churchill aufhalten. Halten Sie die Augen auf. Ulysses Klaw. Oh, 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 oh. Ja. Äh. Okay. Iron Mark MK6 oder Iron Mark MK... Also rein logisch betrachtet, weil ich ja in Mathe halt so involviert bin, ne? Weiß ich, dass 43 nach 6 und 7 kommt. Was denn nehmen wir denn? Wer wollt's hier? Hallo? Was soll das denn? Ich kenne nur schlafen. Ich fasse es nicht. Okay, legen wir direkt los. Ja, genau. Wo muss ich gehen? Einmal aus Schiff. Pass mal auf, das muss... Genau. Wer... Wer... Wer kloppt in hier? Das muss... Aber... An der Cover liegt hier. Das heißt... Ketten im LK. Los. Und drüber hier. Hanno Ketten im LK Star. Genauso. Ach, da kloppt der. Ne. Hä? Klopft? Nein, die ganze Zeit ist... Das kommt von... Ach, lögt mich Rommage. Ach, da... Ich bin doch nicht blöd. Ich meine, ich meine nicht mehr so... Nicht mehr als sonst. So, da müssen wir rein. Müssen wir eben nicht. Oh, warte. Da ist was Aufregendes. Ein Secret. Ein geheimes Secret. Leute. Einer hätte gereicht. Und mit einer meine ich mich. So. Da. Alter, was soll das denn? Oh. Oh, Alter. Voll auf die Mütze. HMS Churchill. Erst mal ein bisschen Geld einsammeln. Das kennen wir nicht anders. Hüftel läuft nicht mehr so gut. Oder... Läuft nicht gut. Ne? Äh. Weißt du, aber hier kann ich nicht so... Überzwitschen. Das ist doch... Ja. Oder so. Okay, ich hab nichts gesagt. Tut mir leid. Oh, das ist viel zu viel Geld. Damit komme ich nicht klar. Das kannst du wissen. Hallo. Hallo. Wo muss ich jetzt eigentlich mal hin? Äh. Hä, wann hier nicht irgendwo blau... Ulysses! 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 Ju... Oh, ist das... Alter, guck an! Voll das Secret! Müll! So wie jetzt voll Müll hab ich noch nie gesehen. Oh, was ist das denn? Warum hat das geleuchtet? Oh, der Sand-Sound geht mir, glaube ich, dezent auf den Sack. Muss ich da hoch... Alter, wo ist diese... Wo sind denn die blauen Dinge jetzt schon wieder? Ich weiß doch gar nicht, wo ich lang muss. Ich bin als gamer überfordert. Oh, ich hab das Gefühl, hier hab ich ein paar Sound-Bugs. Oh, nee, das wär gefährlich, Ju. Das... Safety first. Ja, das sag ich auch immer. So, ich muss den Typen irgendwie suchen. Aber wo ist der? Ulysses! Ach, weißt du was, Alter, Iron Man hier. Such ihn mal. Da muss ich hin. Ganz... Ah! Macht mehr Sinn. Schon besser. Los geht's. Ja? Ist halt ein Schiff und das ist ein Heigen. Was willst du mir... Oh, warte! Das geht hin. Das kann ich. Ja, genau, genau. Genau, das erinnert mich an Harry Potter. Genau. Also, ich hab's neu gespielt, das alte Spiel noch. Nice. Hä? Okay, was ist das? Hä? Oh, Entschuldigung. Oh, tut mir leid. Was ist das da hinten? Nee, das kann ich nicht machen. Hä? Da nicht, da nicht, da nicht. Den da würde ich ja mal empfehlen. Oh, der ist auch nicht. Hä? Ach, weiß. Komm. Ey, ganz ehrlich. Scheiß da und drauf. Brauch viel. So. Ich bin nicht umsonst Iron Man. Ah, du machst die Geräusche. Ähm. Gleich geht's los. Vorsicht, Leute. Boah, nice. Ich will, ich will für immer Iron Man sein. Bis auf die metallischen Geräusche. Hier muss ich hin. Oh, da hätte ich grüß springen können. Ah, verarsch mich. Ha. Als ob ich leider benutze. Ganz ehrlich. Für wie blöd haltet die mich? Ich geb die gleich. So. Ich brauch die eh nicht. Ach so, Leute. Ihr müsst hier auch irgendwie rüber, leider. Leider Gottes. Okay. Aber was kann ich hier machen? Oh, mal gar nichts. Hä, wie geht's? Was soll ich denn da jetzt machen? Oh, warte. Wie, warte, kann ich gehen? Nee, da, äh, äh. Äh, wie soll ich das einbauen oder nicht, wie hier unten? Nein. Hallo, Thor, genau. Sir. Ja, und jetzt? Boah. Genauso. Nein. Alle. Ich hab echt keinen Plan, wie ich das jetzt machen soll. Leute. Oh, warte. Das können... Ich krieg das nicht hin. Ähm. Hier sind ein paar A's. Das sieht schon mal richtig aus. Und jetzt? Und... Nur Charakteren mit Exklusiven... Ah. In die Luft springen. Das ist gar nicht gut. Hier. Oh. Hä? Nur um deinen Himmel? Ja, hm. Lasst mich mal ran. Ich bin mechanischer, Leute. Ähm. Jetzt kann ich auch das bauen, aber na klar, warum auch nicht? Thor, du weißt Bescheid. Thor, du weißt Bescheid. Denk mal los. Ha, mit voller Rebellen schandt B, aber ich hab X gedrückt. Ja, also, dass ich darauf nicht kam, also, dass es... Das war ja so offensichtlich, um nur zu lesen, ob... Oh, das ist doch jetzt nicht wahr, oder wie? Churchill Great Britain. Great Britain. Da geht die Tür auf. Nein. Die Menschen. Da oben muss ich gehen, und das kann ich nur als Agent Romanoff. Ja, das hab ich vorhin schon gescheckt. Hallo, ich bin doch nicht doof. Ah, folgendes. Ja, ich... Hallo. Hier draußen ist alles klar. Einen Moment, genau. Jetzt bist du dran, warte. Schön festhalten, Nikolas. Yeah. Nice one. Yeah, wow. Weiter geht's. Ah, Tocke. Feige-Strategie, erst fuck. Guckst du? Bumm. Tschüss. Oh, bam, bam, bam. Äh, 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 was soll das denn? Achso. Oh, hi. Oh Gott. So, tschüss. Haust rein, du Schwein. Leute, ist... Hä, was hast du hier? Das bin unsichtbar. Ich hab Angst bekommen. Ich hab Angst bekommen. So. Einmal rüber, einmal rüber, einmal rüber. Wie soll ich denn da rüber kommen? Wie... Warum frage ich überhaupt? Also, dass das nicht offensichtlich ist. Einmal hier, einmal da, einmal hier und einmal... Verdammt, verdammt, da. Das war doch... Jetzt muss einmal... Ach komm, macht er mal. Das hat mir schon lange nicht mehr. Und zwar... Schossi... Auf den Genossi... Mal, bumm. Genau. Mechanik... Mechaniker, genau. Warte. Ich überlege... Ich überlege... Wer bist du denn? Hallo. Hey, wer ist das denn? Was macht er hier? Ey! Guck mal. Den hab ich gesucht. Oh, ein zu tief. Hallo. So. Hoch. Hoch. Ich baue ein... Ne... Ey. Über sieben... Ne, über eine Brücke musst du gehen. Eine dunkle Sekunde über... Was macht ihr hier unten? Wer bist du eigentlich? Wer... Wer ist das? Hallo, wer bist du? Sir? Geh doch. So. MRF. Ja, das sieht Schabil aus. Hat unser Handwerk gut gemacht. Agent Romanoff. Wo sind sie? Nein. Agent... Hallo? Agent Romanoff. Ey, Punkte. Ey, Agent... Wird zu zweit auf uns? Oh, ehrlich jetzt? Wo ist der Rest? Hallo? Hallo? Ich. Hallo? Ich... Ich... Wollte mich erarschen oder was? Ja, genau. Hier, du bist unsichtbar. Dich brauche ich. Gott. Agent Romanoff. Ja, hoch. I'm a so, 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 I'm a so. Und for sale. Und denn... Würde ich sagen, nee. Denn bin ich hier falsch. Genau. Das wollte ich... Ja, jetzt in alle oben. Ey, ihr seid auch ein paar Weiberhelden, ganz ehrlich. Und jetzt bleibt mir bitte fern, weil die dürfen euch nicht sehen. Oh. Ich sehe gerade, dass die ganze Zeit der Mauszeige zu sehen ist. Es ist so leid. Oh man, ist mir das freundlich. Jetzt muss ich nochmal neu empfangen. Ne, alles gut. Ja, oh. Alter, wie schwer ist der Code denn? Das krieg ich hin. Der war knapp. Na klar, nur dann geht die Tür auf, ist richtig. Ich meine, vorher ging es ja nicht. Und, ey, ist ne Ah. Wieso? Wieso ist das? Ah. Hey. Lass mich rüber. Kartere mit Schildgeräten, wie können sich für Sicherheitskameras unsichtbar machen. Ach so. Gut zu wissen. So, dann gehen wir mal her. Vorher seien sie aus in die Besenkammer. Los, Alter, was hast du zu bieten? Dr. Bruce Banner zögerte zunächst ein bisschen, den Hive mit den Avengers kämpfen zu lassen. Also haben er und Tony Stark Schutzmaßnahmen entwickelt, sollte der grüne Kerl herumsüben. Ist mir warm. Ist mir warm. Ist mir warm. Ist mir trotzdem warm. Ist mir wahm. Ist mir immer als cooler Jazz, Bromgos oder eine Tüte Gummibärchen. Nee, warum? Das Gummibierchen ist gerade perfekt, Alter. Schön aus dem Kühlschrank gerade gefischt und dann... Dieses kühle... Lichter, wie in der Tester, um, um, um. Also, Minister, wo waren wir? Ja. Ähm. Stalkers Musterschüler. Nur mit dem Boss. Jetzt zum Geschäft. Ein Bordom? Vibrani, Rune. Es ist Milliarden wert. Und jetzt auch. Ich sage immer, mach Freund und Feindreich. Wer er ist, findest du gleich. Tony Stark sagte das immer. Du gehörst zu ihm. Vergleich mich nicht mit Stark. Ähm. Wo ist denn mein Herr des Herrn? Wo ist denn? Wo ist denn? Ich breite dir die Beine. Alle. Na toll, darauf bin ich gar nicht vorbei. Ähm, ich. Äh, wir schwimmen denn noch nicht? Oh, dieser Typ ist schnell. Thor, wie wär's ihn dazu zu bringen, deinen Hammer aufzuheben? Thor, Thor, Thor. Goal, Thor! Yeah, hier. Au, du Dreckige. Mach's mal auf. Hier, fang! Ha, ha, du Opfer. Eins, aus! Äh, ich. Ja, genau. Warum? Muss ich auch noch was zusammenbasteln? Pass mal auf. Captain America for the win! Zack, bumm, bam! Und zack, bumm! Und jetzt wird gebastelt! Bing, gleich da! Kommt sofort! So, jetzt mal. Bleib mal flauschig hier! Ah, das ist schon drin! Yeah! Tschüss! Okay. Ich muss immer Strom tanken Oh, nicht Crazy dauernd und rückt und rückt und rückt